Da wir jetzt wissen, was eine lineare Abbildung ist, können wir dieses Wissen auf eine spezielle lineare Abbildung anwenden, und zwar auf die Drehung. Und Ziel dieses Videos soll sein, die sogenannte Drehmatrix zu bestimmen. Gucken wir dazu erstmal die grundlegende Idee an einer Drehung. Die Idee ist, wir haben einen Vektor, Vektor A. Diesen Vektor wollen wir um einen Winkel Alpha drehen. Dabei ist Alpha immer gegen den Uhrzeigersinn, so wie man es kennt. Und den Vektor, den wir daraus erhalten, soll der Vektor B sein. Diese Idee kann man dann natürlich nutzen, um auch komplexere Objekte zu drehen, indem man einfach die entsprechenden Ortsvektoren zu den Endpunkten dreht. Eine Drehung selber ist eine lineare Abbildung. Wenn man zum Beispiel einen doppelt so langen Vektor hat, so ist das Ergebnis, der gedrehte Vektor, immer noch ein doppelt so langer Vektor. Also ganz entsprechend, wenn man zwei Vektoren addiert und das Ergebnis dreht, dann kann man auch die entsprechenden, stattdessen die entsprechenden Teilvektoren drehen und danach aufaddieren. Also wir haben eine lineare Abbildung vorliegen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie sieht die entsprechende Abbildungsmatrix aus? Und dazu erinnern wir uns an die Regel vom letzten Mal. Und da war die Idee, dass wir zu jeder linearen Abbildung eine entsprechende Matrix A finden können, die Abbildungsmatrix, mit der Eigenschaft, dass die lineare Abbildung F beschrieben wird durch die Matrix, in dem Sinne, dass A mal X gleich F von X ist. Und die Matrix erhalten wir dadurch, dass wir einfach die Bilder der Basisvektoren nehmen und die nebeneinander schreiben. Und genau das machen wir jetzt auch einmal. Der erste Basisvektor, den wir drehen wollen, ist deshalb der Einheitsvektor E1. Das ist der, der hier ist. Den wollen wir drehen um einen Winkel, Alpha. Den Winkel, den wir dann erhalten, das ist B. Was wir schon wissen, ist, dass B die Länge 1 haben muss. Das liegt daran, weil wir vom Einheitsvektor gestartet sind und den gedreht haben, der Einheitsvektor die Länge 1 hat. Jetzt wollen wir bestimmen, für diesen neuen Vektor B, die entsprechenden Koordinaten. Die X-Koordinate und die Y-Koordinate. Und dazu ist die grundlegende Idee, dass wir einfach mal ein Dreieck hier einzeichnen. Wir fällen das Lot von unserem Vektor B auf die X-Achse und dadurch entsteht ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist rechtwinklig. Das heißt, hier können wir dann anfangen, mit den bekannten trigonometrischen Funktionen zu arbeiten. Da wir hier ein rechtwinkliges Dreieck haben, ist dieser Abschnitt hier der Cosinus von Alpha. Bedenken Sie, die Hypotenuse hat hier die Länge 1. Deswegen ist das hier unten die Ankathete. Und die Ankathete hat dann in dem Dreieck die Länge Cosinus Alpha. Und diese Länge hier ist genau die X-Koordinate unseres neuen Vektors B, den wir suchen. Also unseres gedrehten Einheitsvektors. Die X-Koordinate ist also Cosinus Alpha. Das heißt, wenn wir den Einheitsvektor 1,0 drehen, ist der erste Eintrag, der X-Eintrag, Cosinus Alpha. Und der zweite Eintrag, den erhalten wir dadurch, dass wir ermitteln, was das hier für eine Seite ist. Das ist die Gegenkathete und das ist Sinus Alpha. Und deswegen erhalten wir, dass der gedrehte Einheitsvektor um einen Winkel Alpha, der E1, wenn wir den drehen, dass wir dann den Winkel Cosinus Alpha und Sinus Alpha erhalten. Denken Sie hier an der Stelle dran, dass Alpha eine Konstante ist. Das heißt, hier stehen wirklich hinterher reelle Zahlen. Jetzt müssen wir entsprechend den zweiten Einheitsvektor betrachten, E2. Das ist der, der hier angegeben ist. Das ist der Vektor 0,1. Und diesen Vektor wollen wir ebenfalls drehen um den Winkel Alpha. Das heißt, da entsteht dann wieder der neue Vektor B. Und wie eben auch ist es so, dass der Vektor B als gedrehter Einheitsvektor natürlich auch die Länge 1 hat. Und auch jetzt wollen wir die Koordinaten bestimmen von diesem neuen Vektor B. Und da ist quasi die gleiche Idee wie eben. Wir vervollständigen das Dreieck. Haben jetzt ein rechtwinkliges Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck bestimmen wir zuerst die X-Koordinate. Und die X-Koordinate hier in diese Richtung, das ist von dort nach dort, das ist Minus Sinus Alpha. Es ist natürlich, also diese Länge ist natürlich Sinus Alpha, weil das ein rechtwinkliges Dreieck ist. Und das die Gegenkathete ist, deswegen ist das Sinus Alpha. Und wir gehen hier aber in die andere Richtung. Und deswegen ist die Koordinate, die wir hier haben, wie man hier auch schon direkt angedeutet sieht, ist natürlich Minus Sinus Alpha. Das heißt, die X-Koordinate unseres gedrehten Einheitsvektors 0,1 ist Minus Sinus Alpha. Und die Y-Koordinate, das ist jetzt in dem Falle die Ankathete zu dem Winkel Alpha. Und das ist deswegen Kosinus Alpha. Und hier ändert sich, wie man sieht, das Vorzeichen nicht. Also ergibt sich daraus der entsprechend gedrehte Einheitsvektor als Minus Sinus Alpha und Kosinus Alpha. Und da wir jetzt diese beiden Vektoren haben, können wir die Drehmatrix bestimmen. Und die Drehmatrix erhalten wir einfach dadurch, dass wir hier als erste Spalte aufschreiben, wie der entsprechend erste Einheitsvektor gedreht ist. Und als zweite Spalte aufschreiben, wie der zweite Einheitsvektor gedreht ist. Der erste Einheitsvektor ist Kosinus Alpha und Sinus Alpha gedreht. Der zweite war Minus Sinus Alpha und Kosinus Alpha. Das ist deswegen der zweite Spaltenvektor. Und damit haben wir auch schon die Drehmatrix ermittelt für Drehungen im R² um den Winkel Alpha.